Die Mauer hier in der Base könnte man noch mal lassen, ne? Boah, kann eigentlich weg, wenn es ehrlich ist. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt gerade aber ein bisschen Umspeln weg herzustellen. Wir müssen halt dann noch gucken. Guck mal, ob Roboterhanger sind, dass wir mal am besten mit den Blueprints einigermaßen fertig bekommen. Können wir sogar. So reinträglich könnte man sogar. Boah, Roboterhanger sind teuer. Uff. Ich könnte schon die Lampen einbauen. Weißt du, was wir auch hätten einbauen können? Repair Turrets in den Blueprints. Ah, nicht unbedingt. Zumindest einen Außenmauern. Und die Außenmauern bekommen auf jeden Fall noch Repair Turrets ab. Ich würde dann einfach bei jeder Mauer eine Haltestelle machen mit den Repair Kits, die da angeliefert werden. Dann nur für die Mauer. Können wir auch machen. Ja. So hat mir das auch gedacht. Guck mal, den Bahnhof den lassen wir ja eh erstmal. Das machen wir ja sobald wir die Position hier anpassen. Ja, ja. Bestimmt. Weißt du, was mies ist? Was denn? Du kannst den Abbauplan, wenn du den ausgewählt hast, in der Map öffnen. Ich hatte eben aus Versehen die halbe Base rot markiert. Das ist extrem schlecht. Das ist saugefährlich. Okay, eine Map vielleicht nicht benutzen. War schön. Bist du einfach nur mal. Geh mal irgendwo, wo deine Thronen nicht hinkommen. Guck dir das mal an, Alter. Das war... Weißt du, ich hab gerade da, wo du stehst, so die... Von Kohleverladung bis hoch zu... Okay. Kohle, Wasserstoffe hab ich einfach alles markiert gehabt. Oder aus, äh, drüber gehaffert. Das geht glaube ich nicht. Oder? Mein Scheiß. Also machst du nirgendwo, weil deine Thronen in der Nähe sind, ne? Habe ich nicht gemacht, aber zumindest, äh... Hat das glaube ich nicht markiert. Okay. Aber krass, wir haben jetzt... Also wenn du es halt siehst, dann glaube ich schon. Guck mal. Okay, das hier. Wo geht das? Kann man da nicht raus scrollen über die Map? Oh. 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 Ja. Oh. Oh, hä? Da war kein Radar. Deswegen, ähm... Vielleicht ist da noch was markiert. Mal kurz das Schiff drüber. Schiff drücken. Na 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 na. Da war ja nix, ja? Aber weißt du, was ich krass finde? Wir haben die komplette Bahnschiene jetzt eigentlich. Ja. Ja. Ja, und jetzt heißt es, die Tracks... So cool, jetzt wird er doch fertig bauen. So die ganzen Umspinnwerke, die Lampen, Kabel... Ja, aber... Wieso ist das halt? Wir sind eigentlich... Haben wir unser Ziel jetzt schon fast erreicht. Ja. Ja gut, und halt gucken wegen, äh, Straßen, die sich drunter kommen, ne? Ja, aber... Aber die Schienen funktionieren. Die Schienen funktionieren. Wobei da irgendwie gerade alles steht. Ja gut, du hast alles angehalten, oder? Nö, hab ich nicht. Wir haben noch nicht gemacht. Eigentlich müssten die fahren. Äh... Wo hast du mit dem Hangtop vorhören? Mal kurz... Der eine zu zurück hier... Wollte irgendwie hier... Ah, das macht das Video vorhören von der Idioten. Der blockiert jetzt alles. Ich mach das einfach mal. Ah, ja. Da hab ich... Eine komplett weggenommen, ne? Nein, ich würd's gehen. Du würd eigentlich gerade raus durchfahren. Ich hab keine Ahnung, warum er das nicht gemacht hat. Ich stell's dir grad noch mal. Oder mal, ich... Aussteigen. Du würd eigentlich gerade raus jetzt fahren, oder? Ja. Ja, ist jetzt. Warum ist das rot? Ah, ist das. Wuhu. Komm. Ja, gleich. Oh, nur noch ein Ding dahin. Das würde aber hier stehen, wahrscheinlich. Ja, ist okay, weil der Katrin zugrunde gleich kommt. Wahrscheinlich. Ja, wegen der Kreuzung. Ist okay. Äh... Ist grad noch bisschen voll hier, ja? Da wird sich gleich lockern, hoffe ich. Ja, sieht doch funktionell aus. Äh... Da würd ich grad bei den Strecken entlang laufen. Ah, ja, gleich. Sobald... Alter, ich tu noch 103 Stahlträger herstellen. Dann werden wir eine Umspannwerke gekauftet. Schön. Soll ich auch Umspannwerke craften? Kannst du machen, wenn du möchtest. Oder soll ich Kabel craften? Kannst... Kann man doch alles an den Dingern tun, kann man auch. Wir haben... Äh... Umspannwerke, Roboter-Hangas... Kabel... Werden eh durch Auto... Kabel... Weil ich dich automatisch glaub... Ich hab schon eh im Moment... Also, finden alle eigentlich nur noch die großen, eingelassenen Lampen. 2x2, heißen die? Und... Roboter-Hangas. Weil die Roboter-Hangas eigentlich erstmal egal sind. Wo finde ich denn die eingelassenen Lampe? Logistik. Die große. Die mit dem X durch. Mit dem roten. Jo. Jetzt brauch ich nur dafür Kabel. Okay. Du hast auch gerne Umspannwerke, weil das... Unangenehm. Nur unangenehm. Nur unangenehm. Aber die Ziegelsteine... Ich glaub, ich hab noch... Noch eher Steuern. Da rein. So. Ja, Sand wohl nicht gerade, Eva. So. 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 Scheiße. Wie kann ich sie noch sagen? Aber dann auch hier sind die auch mit herstellen weil er muss bewerben platzieren kann die drohnen die auch gerade die lampen ich nehme große stromasten direkt so eine maschine die kraft ist eine pumpe hier unten tritt an das sehe ich will ich noch der erzförderer terraformer er sehe ich den see irgendwie nicht das ist direkt da wo wir gebaut haben montage maschine 2 ok weil dann hol ich mir den ich mir auch ein bisschen bettung das war ein witz im blueprint ging das er waltet einen schallkreis bettigen wir die schon irgendwo ja oder forschung mit der forschungslabor wenn er hergestellt aber das ist nicht sonderlich gut aus weil da aus irgendwelchen gründlich teil erstellt wird wahrscheinlich kein strom nein die haben strom aber keine ressourcen ja gut wahrscheinlich weil irgendwas nicht angeliefert wird weil wir keinen strom haben das war ein bisschen unsicher was es ist ich klicke jetzt einfach mal auf eisen eisen da ist fehler gefunden kannst du mal du bist doch da irgendwo da lauf bitte nach oben ne lauf bitte mal lauf immer nach oben hinter die dicke mauer da oben zur forschung ja es ist eine müllkiste zugelaufen deswegen wird nichts produziert ich bin voll gelaufen welche gründen habe ich akzeptiert ok wo ist die müllkiste dann müsstest du wenigstens die roten schallkreise sehen noch weiter nach links sobald die roten schallkreise war aber noch weiter nach links und stopp nach oben äh die stopp äh draht ja kupferdraht das rote bad was leer ist rechts von dir ja dann gehst du nach unten und das was ich markiert habe die käste ja die käste ist voll ok warte kurz das machen wir gleich die kannst du leeren und in den bahnhof schmeißen wir haben dafür einen bahnhof zum abtransportieren einfach so viel wie du kannst kannst du auch mal steuerung oder schrift alles in dem zeug So, wo ist der Bahnhof für den Schaus? Links, der Bahnhof, der im Weg ist, zweite Halstelle von links, da wo nur ein Waggon beliefert wird und irgendeine Truhe heranschmeißen. Da ist schon eine mit schwarzen Platten dran oder grauen, da fängt er zu, egal. Das Spiel hat uns übrigens verarscht hier, kotzen. Bei Proofwind hat das gereicht, mit den Straubastkabeln. Laut Spiel aber nicht, das ist genau um ein Ding alles auseinander platziert. Das ist wunderbar. So, in der Zwischenruppe ist er. Einfach mal umspannen, weil er schon voll sind, ey, das ist wunderbar. Oh, dieses scheiß iPhone, ey. Ja, ich hab das zum Laden kurz anrechnen geändert, jetzt piept es die ganze Zeit. und fragt, ob der, na, wie heißt, ob ich der Software vertraue. Okay. Äh, ich brauch's auf jeden Fall noch Tong, glaube ich. Ich hab auch noch Formusprünwerker. Okay. Da hab ich auch ne rote Schalterpreise, wahrscheinlich genauso wie wir die haben, ich raten. Jo, ich brauch auch rote Schalterpreise. Ich versuch nur gerade zu finden, ich stehe ja eigentlich an der Produktion. Ah, die werden direkt nach rechts, rechts weitergegeben zu den, äh, warte kurz. Das ist scheiße jetzt, ähm. Ich schalte es kurz hier an, so. Ja. Ja, oder nimmst du die oberen drei Maschinen, nicht die untere? Unteren zwei? Ja, ja. Ist mir egal wie. Hauptsache, gibt es welche. Da hab ich jetzt schon, genau, ich hab jetzt schon mal paar Lampen crafted. Ich hab jetzt glaube ich schon 50 Umspannwerker versenkt. Naja, das ist nicht so viel. Wie ist der auf der Map? Das ist ein Fünftel oder so. Der Abartec, ey. Aschein wird er irgendwie da rausnehmen, das ist ja, äh, ein Abartec-Stück hat er, oh fuck. Abartec-Stück hat er ja auch kaputt gemacht. Hier unten hat auf jeden Fall irgendwas nicht funktioniert, da wo das Band zweiseitig spielt. Deswegen hat die unterste Maschine anscheinend nie produziert. Ah, super. Oh, ich kann schon mal, drei Stück kann ich schon mal produzieren. Ich kann keine Ahnung, 300 oder 400, die wir brauchen. Geil. Ich würd sagen, wir machen jetzt erstmal nur die wichtigsten Strecken, also die ganzen Achsen hoch zur Produktion. Ah, so recht. Ich kann noch mal 11 bauen, das schon mal. Oh, die Fahrschule hat mal was gemacht. Oh, die Fahrschule hat mal was gemacht. Ich bin halt ein Level. Ich bin halt ein Level. Ich bin halt ein Level. Ah, gut, Züge. Okay. Ich wollte nämlich irgendwann mal, ich muss mal weiter leveln hier. Welches Level bist du denn? Bis zum Speed oder sowas, 15. Ah, ich bin 21. Weil ich hab's auch schon wesentlich länger als du. Also eigentlich ist das krass, dass du so auf die Schnitt herkommst. Ich glaub ab jetzt, also ab Level 20 ist es einfach dort Ewigkeit. ein Level. Oh nein, meine Tote werden hier auch gezählt in dem Menü. Ah, ist ja uncool. Ich hab gleich ungefähr schon mal 20. Zumindest wieder. Ich hab' auch später noch voll die großen Umsprüngewerke, oder? Die den übelstens Gebiet abstacken. Ich muss ja fast die ganze Produktion nur einen Umsprüngewerke wegnehmen. Schon gesehen. Das ist wahrscheinlich ein Umsprüngewerk hier, oder? Das ist wahrscheinlich auf Englisch oder so. Wie heißt das Ding nochmal auf Englisch? Was steht denn da? Äh. Substation. Ah, Mauer. Substation. Oder so. Ah, ich muss gleich Stahlträger besorgen. Naja, Stromlässe 2. Großes Umsprüngewerk. Äh. Zum Vergleich. Unser Viestiges, äh. Hat. Eine Versorgungsseite von 20x20 Blöker. Der Viestige. Der Viestige muss man ja. Und das neue 100. Und so läuft. Ich hab' sogar schon erforscht. Ich hab' überhaupt nicht erfüllt. Ich hab' überhaupt nicht erfüllt. Wichtig eigentlich. Aber wie war' nach rechts mal unter der Schmelze grad fertig. Das muss die Schmelze wieder läuft. Ich hab' mit Schmelze wieder läuft. Strom. Mhm. Ich brauch' mal die Maschinen. Ja. Können wir. あっ. Dann mach's an. Au reikreact. Chegendex rω. Kuront. Gets scurren. Dann mach's an. Ja. Michwind Rom. Schlagen. Ah. Sch�chres. pant. satu. Schre работы Mountain. Mm. Weil die können ja immer nur acht Stück produzieren, dann stoppen die ja. Naja, manchmal sogar nur sechs glaube ich. Oder? Wobei. Also ich hab geguckt, bei mir ist jetzt irgendwie acht immer. Ich bin jetzt erst am Ton möglich. Ich bin jetzt schon fertig. Was soll ich da rüber machen? Ich hab die Produktion wieder angeschmissen, ne? Mhm. Muss ich nur gucken, wo ich Stahlträger nochmal herfinde. Ja, aber Stahlproduktion. Müssen die Stahlträger selbst herstellen, leider. Gut, wo hab ich die Stahlproduktion? Holst du den Stahl? Mal gucken, es gibt ein paar Produktionen, die Stahl herstellen. Wobei, eine. War egal. Ein Slashroach. So Figuren. Hö. 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 jetzt nicht. So. Aber dass sie leuchtet dann noch nicht. Auf jeden Fall. Gut, dann... Ich habe schon noch ein bisschen, dass das hier aufgebaut wird. Gerade im Spielwerk reicht mir nicht. Doch, exakt. Oder? Ich habe noch zwei übrig. Ähm, dann baue ich die sogar noch hin. Okay, das hat da ihr in. Ich habe noch mal die Hälfte. Aber vielleicht nicht. Aber halt das nicht. Ich habe noch eine Mischung-Ber mit dem Halt. Aber ich habe noch eine Mischung gefühlt. Ich habe noch eine Mischung-Bereifung. Aber ich habe noch eine Mischung. Ich habe noch ein paar Pfeil. Ich habe noch eine Mischung. Aber ich habe noch einen Dichtером-Bereifung. Ich habe noch einen Rekum. Musik Ich finde immer noch nicht die scheiß Stahlprotektion, ne? Äh, die ist unter dir... Weit unter dir Okay Aber es geht nach rechts jetzt, beim Windrad Dann noch ein Stück weiter bei der Ofenproduktion ist rund unter so ne Kiste mit Uran Hoch, 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 hoch Jo, nach links Hier die Kiste, ne? Ah, perfekt Läuft tatsächlich wieder für ein Großelter Base Dann müssen wir den ganzen Süden Hinten auch? Hinten auch Also egal, ist nur ein Puppet Einigermaßen egal Da können wir uns noch welche holen, ne? Um schon ein bisschen Werker, es wird nicht reichen Dann schau mal, dass nach oben zur Waffenfabrik schon mal Strom da ist Ja, ich lauf gerade hoch Das ist noch ein paar Händler Ich hoffe auch, dass die ganze Lappen funktionieren Bitter wenn ich Weil die einzelnen anzustellen ist richtig scheiße Ja, dauert jetzt noch einen Moment Ich bleib gerade mal hier stehen Ich brauch 70 Stahlträger, dann kann ich die umspann wegbauen Ach stimmt, du craftest ja noch nicht so schnell, ne? Nein Was für ein Level hast du aufs Crafting? Äh, warte Ich habe... Crafting Level 10, Running Level 4 Lol, okay Ja, okay, ich hab auch Crafting Level 10 Aber Running mittlerweile auch auf Level 5 Nee, 10, bin nicht tot Das hast du doch Also ich habe Running und Coffting und Bits auf Level 10 So Ich bin nicht so am Level verändert Ich war schon gerade Was extrem nützliches? Ich glaube nicht Das ist geil, muss man so sagen, aber egal Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich habe auch gerade mal 20 Umspannwerke her Ich habe auch gerade mal 20 Umspannwerke her Vielleicht dann Was ist geil, wo es imkasig ist? Ich habe mich gut Zu vorne Ich habe gerade mal 20 Addiction Mit Mikor 35 Maak Im Am Do Du 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 Oh Naja, der muss schon weg haben, wenn er auf keinen Fall reißen Ja, irgendeine Stau Warum? Oh, jetzt muss ich wieder warten, bis ich es 32 um schon weg produziert habe Also obenrum ist schonmal viel gemacht Ich laufe jetzt gerade bis runter zu der Brücke Ja Dann ist nach oben hin fast alles fertig Also sinkrecht nach oben Ich weiß nicht, was nach rechts kommt, muss ich ruhig noch gucken Okay, also ich drück grad nach rechts und machen, aber wir erreichen jetzt nicht mehr auf keinen Fall Weil nach links eigentlich glaub ich sogar egal ist, oder? Für die Wand später, klar Egal Oh wow Egal Ich weiß warum die Kein Strom Na teilweise sind die Dinger nicht miteinander verbunden Ja, und zwar genau an dem Kreisverkehr Im allerersten Kreisverkehr, den wir gebaut haben Jetzt bei allen Kreisverkehr Also beim Plutpunt platzieren wird angezeigt, dass wir nicht verbinden können Aber naja Ist nicht so Ist exakt im Pixel nicht so Ich hab jetzt mal schaust Bei anderen gerade sind die wo schon ist Oh, da ist überall kein Geil, kein Radar Aber ich hatte einfach nochmal einen großen Strommast dazwischen platziert Keinen Umspeichwerk, einfach einen großen Strommast Ja, mach ich auch gleich Weil ja Man muss halt auswischen Na ja, ich hab das gerade gemacht Weil die Knaller funktionieren Ich hab ja Löschten Lampen Und wir sind hier gefahren So, mach ich Yay Wir haben was gebaut Das funktioniert Abwarten Na Aber wahrscheinlich Ich hoffe es zumindest stark Dann wäre ich nicht schock Ich kann schöne Sachen erforschen demnächst Nichts was ich jetzt unbedingt brauche Wir können einen Forschungs-Server erforschen Okay Ich wollte zuerst noch von Technologie Karten für Produktion und Zubehör Okay Introvat Aber mal rein ein bisschen Ja Ich habe völlig Ich mache alles Wicke 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 Wicke